Seife Freitag Größe 13 Der Drogeriemarkt ist nicht um die Ecke, er ist weit weg. Der Drogerie ist nicht um die Ecke, er ist weit weg. Wo ist Das Möbelhaus Geh in den Drogeriemarkt und kauf Seife Wir müssen mit dem Bus zwei Haltestellen fahren Wir müssen mit dem Bus zwei Haltestellen fahren Wir gehen zu Fuß, der Drogeriemarkt ist um die Ecke Gehst du in die Bank und holst Geld? Gehst du in die Bank und holst Geld? Du musst mit dem Bus nur 14 Haltestellen fahren Du Bus Mit Dem Bus Musst Mit Dem Bus 14 Haltestellen Fahren Du musst mit dem Bus nur 14 Haltestellen fahren Nur 14 Haltestellen Fahren Warum bringst du deine Katze ins Möbelhaus mit? Ich Ich will heute ins Möbelhaus gehen Ich hole einen Kaffee und gehe in die Bank Hilfe hole Ich hole einen Kaffee und gehe in die Bank Wir gehen zu Fuß Fuß die Drogeriemarkt ist um der Ecke der die um der Drogeriemarkt ist ist um die Ecke Ich will heute ins Möbelhaus gehen Ich fahre mit o Bahn Bahn o der o Bahn 6 Haltestellen Wir haben Seife Geh Geh in den Drogeriemarkt nicht Das Möbelhaus ist bis 8 Uhr geöffnet ist bis 8 Uhr geöffnet gehe in die Bank in die Bank Wir haben Seife Geh nicht in den Drogeriemarkt nur Regni nav Ah auch Ne Vielen Dank.